Guten Abend, meine Damen und Herren! Nachdem die CDU bereits in der letzten Woche nach Abschluss der Sondierungsgespräche den Weg für Koalitionsverhandlungen freigemacht hat, freuen wir uns und begrüßen, dass die SPD, die es heute auf ihrem Parteitag auch getan hat, nach intensiver und durchaus kontroverser Diskussion ein positives Resultat gegeben hat. Und damit ist der Weg frei für Koalitionsverhandlungen. Das Sondierungspapier ist dabei der Rahmen, in dem wir verhandeln. Und dabei wird es natürlich eine Vielzahl von Fragen noch zu klären geben, im Detail. Und das wird auch sicherlich nochmal intensive Beratungen erfordern.